ja und somit herzlich willkommen zurück hier bei f1 23 hier im finale lange haben wir gewartet was wird heute passieren wir haben schönes wetter ja bevor es hier richtig losgeht wir schauen auf die tabelle ich kann nur sagen leute es wird spannend es wird interessant wir können wir hier schauen wenn man mal auf mich schaut platz 3 nach vorne zu brot ja das ist ein bisschen weit weg wird eigentlich nichts mehr großartig möglich sein nach hinten müssen wir aufpassen ollie drei punkte rückstand also okay jedes mal gefahren ist außer im ersten rennen hat er gewonnen also das wird schwierig platz 3 zu halten vorne natürlich hier saturnfisch mein teamkollege und brot im wm kampf letztes rennen bevor wir hier sehen da sind noch ein paar rennen wir haben noch was geändert wegen f1 24 geht nur bis amerika also die letzten drei rennen nicht heute finale und ja es ist generell alles spannend wir schauen auch in die konstrukteursmeisterschaft wir sind 14 punkte hinter mercedes ja müssten wir eigentlich auch sagen die ersten drei rennen bin ich ja quasi punkte technisch alleine gefahren hätte man 40 punkte gut machen 14 nicht 40 punkte machen können aber man weiß nicht was heute passiert da ja es ist schwierig zu sagen es kann möglich sein es kann nicht möglich sein wir gehen ins quali rein wir haben eine taktik aufgestellt und schauen wie so alles wird ja ich bin meine klassische inters runde schon gefahren wir warten jetzt hier noch ein bisschen auf unseren teamkollege dass wir hier ein bisschen auf der langen der es geraden windschatten geben können aber ich sehe schon ein bisschen das problem wir müssen jetzt langsam raus session warnung fischi ich glaube ein bisschen spät raus gefahren also zumindest mal für den punkt dass ich im windschatten geben kann das wird natürlich interessant ich glaube ich werde vielleicht keine zeit mehr setzen können das ist natürlich ein bisschen kleines problem gleich habe ich jetzt platz 12 winter vorgehe okay jetzt steht hier soft aber nur weil ich jetzt gerade soft drauf habe so jetzt müssen wir natürlich schauen dass wir hier die noch ein bisschen hier vorbeilassen dass wir die nicht behindern dahinter kommt noch nur williams mit dazu ja 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 ich war ja vorbei über die wiese ich weiß nicht wie ich da wäscht ja durch diese kurve kommen ohne dass ich ja den renkashi probleme macht und ja jetzt müssen wir schauen hinten kommt fischi wir müssen auch ein bisschen langsamer machen aber wir haben noch 40 sekunden also das wird alles wird von mich leider nicht mehr reichen so und wie ich es gerade höre ich glaube er schon über die linie gefahren das heißt es hat nicht mal was gebracht also er kann nicht mal großartig die schnelle runde zu ende fahren hier werden wir einigermaßen dran gekommen aber es hat euch schon die runde abgebrochen also ja wird es natürlich interessant wir starten von ganz hinten fischi auch ein bisschen platz acht derzeit noch weiß nicht ob noch irgendwas passiert ja es wird interessant meine freunde es kann sehr interessant werden ja und wenn man es hier auf die tabelle schaut saturn fisch auf der neuen alter fall darin kashi dreitausendstel schneller also ok das ist natürlich schon übel wir natürlich ganz hinten mit inters gefahren hier wird es jetzt sogar richtig angezeigt ja müssen wir mal schauen wie ich über saturn fisch helfen kann vielleicht auch über den boxen stop dass ich da ein bisschen mit rein mischen kann gegen die mercedes oder für saturn fisch wenn er dann durch den boxen stop hinter mir mit dem windschatten oder so oder auch keine ahnung wir schauen einfach mal überlassen uns überraschen und es kommt gleich der rennstart so wir starten auf den softs reifen vor mir sind viele leute mit medium unterwegs ist ja schon mal ganz gut da kann man vielleicht die ersten runden gleich ein paar überholen wenn es geht mal schauen auch erste kurve wird natürlich sehr eng ich glaube saturn fisch startet auch auf dem medium reifen das heißt wir haben schon mal den vorteil dass wir boxen stop technisch uns nicht in die quere kommen aber wir schauen mal wie alles wird wo wir uns vielleicht auf der strecke treffen wo wir vielleicht ein mercedes treffen da vorne links vorne sieht man auch wirklich als beispiel und ja hier sieht man auch saturn fisch jetzt wird es natürlich interessant was die um ein bisschen langsamer jetzt kommt dann gleich uhr mal von hinten und wir fahren einfach mal schön sicher außen durch außen durch außen rum eigentlich so jetzt natürlich die position verloren der position gewonnen da folge nach hinten um ein nach vorne das wäre auf lange sicht wohl eh so gewesen wenn kashi ein bisschen neben der spur hallo okay das hat super und glaube auch noch flügel schaden das ist natürlich ein sehr perfekter start da gibt der da schenkt der fischi keine 3000 still und dann haut er mich noch weg ja toll die strategie option ist jetzt eigentlich von arsch aber nun gut wir sind schon mal 78 sekunden hinten am feld hinten dran klar es hilft dies klar oder so kann auch kommen rennen ist noch lange alles drum und dran aber es ist jetzt auch so schwierig wir müssen jetzt halt auch in reifen wechsel theoretisch machen aber ich weiß nicht ob ich mit dem flügel fahren soll kommen wir hier schon die kurve läuft schon gar nicht so gut wir haben halt auch noch softs reifen drauf nur hier kommen gar nicht auf die dialine bleiben ein bisschen langsamer aber dann verliert man doch mega zeit da ist natürlich das problem immer diese williams fahre hier halt die frage ob ich dann wenn ich rein gehe ich probiere noch mal eine runde ob ich halt auf hart gehen soll oder auf medium jetzt hier keine ahnung knapp zehn runden mit dem softs zu fahren wird halt auch ganz schön übel ich muss halt mega langsam durchfahren jetzt schauen wir hier sektor 1 wird natürlich auch sehr kritisch weil wir hier sehr schnell fahren eigentlich ja eigentlich kann man mit den softs reifen selbst schon die medium reifen hier easy mit vollgas durchfahren aber wenn wir hier die kurve das geht ja gar nicht da geht einfach gar nichts der flügelschaden zu krass müssen wir hier mal auf ja stellen und dann die frage medium oder hart schon zwei sekunden durch sektor 1 verloren oje 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 das ist ja mal ein super finalstart keine ahnung was fisch macht fisch auch auf der 10 was heißt auch er hat eine position verloren ich war noch gerade im kopf beim quali mit position 8 aber ja ok hume ice ja ok hume ice vorbeigefahren er zählt er nicht rein in die punkte also eigentlich schon wieder platz neun aber ja die mercedes sind da halt auch noch irgendwo vorne mit dabei dort ist dort problem hier auch ganz seltsam zu fahren die linie nicht drin wir müssen ja reinfahren wir nehmen es einfach mal medium mit also eigentlich der normale plan also dass wir so sechs sieben runden zu früh drin sind schauen wir mal eine neue nase gibt es auch kosten vor red bull müssen sie ein paar dosen mehr verkaufen aber ich muss williams die rechnung übernehmen löste ich ja nicht ein gibt es ja gar nicht ja und dann sind wir 30 sekunden zurück das heißt wir können schon mal ein paar ründchen springen bringen und dann ist die frage wo es irgendwie wieder raus bekommen mit anderen boxen stops oder so oder ja weil die nächsten runden wird es weil ziemlich langweilig weil solange keiner boxen stop macht ist hat keiner in reichweite wobei ich ja schon vorm boxen stop zehn sekunden der war das heißt wir müssen erst mal ein bisschen was rausfahren ja ich bin jetzt mal so ein paar runden gesprungen aber es sieht halt gar nicht so gut aus wir sind von 30 sekunden die von 35 auf 30 so rum und der saturnfisch fightet hier mit den williams was war das soll er bringt kassi hat saturnfisch abgeschossen also ich glaube der hatte irgendwas gegen uns was mit dem safety car da fahr ich noch vorbei oder hallo der hat mich weggeboxt und ich kriege eine verwarnung alles klar okay das positive ist eigentlich ich kann auf das feld aufschließen das negative saturnfisch raus das wird mit dem wm kampf jetzt richtig übel also brot darf irgendwie keine ahnung nicht p3 werden ich glaube p2 ist noch in ordnung p2 nicht p3 p2 ist in ordnung nein p4 ich glaube in ordnung ja und renkashi hat irgendwas gegen red bull alter zuerst macht er mein flügel hier kaputt jetzt macht er meinen kollegen ganz kaputt also klar williams das kleine mercedes team da kam wohl hier brot order oder wie das wird es auch konstrukteur wird es richtig schwierig je nachdem wo brot und overkill zusammen landen aber ich müsste 14 punkte aufholen rein konstrukteur also ich müsste ja auch mindestens p3 werden und die beiden mercedes dürften zusammen nur einen punkt machen aber dann wären wir punkt gleich dann weiß ich auch nicht wer dann eher den vorteil bekommt jetzt habe ich noch so ein blödes delta es gehen paar leute in die box das heißt wir sind ja einigermaßen gleich wobei ich war ja schon runde drei drin also meine reifen sind schon ein bisschen alt ja man sieht es zum beispiel overkill auf dem harten das ist jetzt halt auch der punkt durch das safety car gehen jetzt vielleicht viele leute auf den harten vielleicht hatten manche leute sogar medium medium soft als taktik aber ich werde ich glaube auch auf den harten gehen ich weiß nicht ob das nachteil wäre jetzt mit medium noch draußen zu bleiben ich gehe auf den harten und dann schauen wir wie lange der hält dann haben die vor mir alle hart und wir können noch aufschließen und dann sollte das eigentlich so passen hoffe man ist eine gute taktik so das safety car müsste kommen in dieser runde alles klar und ich bin noch ein bisschen verwirrt weil irgendwie ich bin jetzt p10 wieder ich habe keine ahnung wo sneaky cab her gekommen ist plötzlich hinter mir auch stoffmann der war irgendwie außerhalb von der strecke ollie wurde auch von renkashi beholt weil er irgendwie außerhalb von der strecke war also irgendwie sind hier ganz komische sachen passiert und am liebsten würde ich hier renkashi eigentlich weg boxen hier gegen beide red bulls pj auch schon total ausgeflippt ich glaube nicht die richtigen mercedes sind hier die gegner sondern ja die kleinen mercedes was macht stoffmann die ganze zeit schön hinten bleiben hier will ich sogar auf medium ich muss ollie hinter mir sein geld nummer so nebenbei was man es gab drei punkte so erste kurve wird interessant wobei okay diesmal sind sie natürlich ein bisschen weiter auseinander wobei von hinten kommen schon wieder leute angeschossen sneaky gegen stoffmann da hinten in meinem rückspiegel und das dürfen wir mit den harten durchfahren weil sie mit medium mit soft das ist hier schön durchzufahren aber mit den harten irgendwie jetzt hier kommen nicht so gut im flow gewesen hinter mir tut schon so ein alfa romeo anklopfen so ollie könnte auch ein bisschen renkashi weg boxen hätte ich auch nichts dagegen ja ich bin in den top 10 wow super toll ja sneaky körper ist natürlich wieder hier dankeschön wieder reinziehen das natürlich wieder sehr klar da wo kein platz ist zieht man natürlich wieder rein so jetzt habe ich halt auch den anschluss schon verloren und hinter mir so zwei hits köpfe so ein bisschen stoffmann war auch schon beim safety car immer so sehr nah dran immer was war da gerade okay was ist da vorne los muss ich ein bisschen langsamer machen wo fährt stoffmann denn bleibt da irgendwo nach hinten ich habe es klappen williams gesehen und ich habe mich fast schon gefreut aber es war leider basti anderen ganoven den haben wir noch vor mir und ollie ist vorbeigezogen an dem müsste ich noch vorbeiziehen wäre auch noch wichtig für die fahrermeisterschaft und dann haben wir immer noch kein mercedes gesehen sorry aber ein bisschen dirty air hat ein bisschen krass links hier so jetzt kommen wir aber hier vorbei jetzt haben wir schön durch die kurve ja 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 das auch hier alle 34 auf einem haufen ollie schilder vorne sein leben so gesehen aber er hat auch noch medium reifen jetzt kommen ein bisschen schlechter wieder durch die kurve in kashi wird gesnackt von beiden meinen verfolgern und sneaky und stoffmann und jetzt will er wieder innen reinziehen oder man sieht schon wieder kommen doch doch nicht okay was war das gerade war das gerade bei mir selber durchgedreht oder war das schon wieder ein leichter kontakt wenn jetzt unsicher und jetzt habe ich halt fast keine chance auf der geraden oder auch doch nie noch wer halte den abstand nach vorne im auge der muss halt gerade so krass nach hinten verteilt oh stoffmann zieht sneaky raus und das war mir auch schon fast klar ich müsste nur schauen dass die hinter mir bleiben weil die sich einfach gegenseitig so unvorsichtig fahren oder immer so immer mit der brechsteine reinfahren dass mir das schon fast klar war wenn die zwei nebeneinander fahren dass die sich entweder einer sich raushaut oder sich beide gegenseitig raushauen so währenddessen ollie die schnellste runde und ich dachte mir so ja ich sollte ollie noch überholen denn kashi ist jetzt 1,5 sekunden hinter mir das heißt er hätte jetzt kein drs jetzt ist nur die frage wie sich das ausgeht vorne p6 kasu ja den sollten wir uns eigentlich auch noch holen ollie wird schwierig kasu kasu ist eigentlich schon gut weit vorne dabei aber schauen wir mal was wir da noch hinbekommen vier sekunden zu ihm aber er hat sechs sekunden strafe wir sind unsicher wir sind in der 18. runde habe ich überhaupt schon eine verwarnung bekommen naja gegen das safety car aber ich meine wegen streckenbegrenzung als gegen das safety car oh man so ollie würde jetzt denke ich mal langsam an kasu vorbeiziehen naja schon passiert oh wir fahren auch ein bisschen von renkashi weg hat jetzt zwei sekunden da sind wir schon mal p8 aber da ist halt mies dass fisch draußen ist jetzt haben wir halt noch gegen brot und overkill und die sind beide ja p5 oder besser wobei ich glaube aber man sieht es sehr schlecht der rote punkt auf der karte ollie also auf der 6 und da davor zwei mercedes oder da sind keine wagen mit drin also 4 und 5 wobei ja solange brot auf der 4 ist sollte es ja gehen das wäre natürlich schon übel ich meine fisch konnte er im letzten rennen nicht das heißt da hat er keine punkte bekommen wenn er jetzt auch noch draußen ist also dnf das wäre natürlich auch eine krasse ansage die letzten zwei rennen keine punkte gemacht und dann vielleicht doch weltmeister also das wäre schon ein bisschen übel aber nun gut oh kasu wieder mächtig am sammeln neun sekunden aber ich habe zeit verloren ist natürlich nicht so gut aber wir bleiben jetzt gerade ein bisschen stabil oh wir sehen jetzt hier schon overkill auf der 6 weil ollie vorbei ist das heißt rot auf p4 und wir haben ein kasu der sich gedreht hat ja ok ich dachte wir überholen ihn sag ich mal auf normalem wege aber dann halt einmal so fährt einmal selber raus oh aber overkill auch ein bisschen langsam oder kasu war viereinhalb oder fünf sekunden vor mir jetzt habe ich zu overkill unter vier sekunden das ist natürlich auch interessant hat schon drei sekunden aber ja ok ich kann auch ziemlich schnell drei sekunden bekommen und ja wir müssen ja noch ein bisschen was aufholen und dann ist sie auch noch relativ lang vor allem die große frage ist halt auch mit den reifen wie wir fahren also gehen wir nochmal auf medium gehen wir nochmal auf soft ja auf beides wohl nicht vielleicht dann doch noch auf dem medium einmal da muss ich mir noch eine taktik überlegen oder auch schauen auf die anderen fahrer ein bisschen reagieren was die so machen eigentlich war eine soft medium medium soft geplant aber ja durch so einen netten Williams Fahrer hat er so ein bisschen meine reifentaktik zerstört und dann ja ok mit dem safety car ja weiß man jetzt natürlich nicht weil war vielleicht ja auch ein bisschen positiv weiß es nur nicht kann man eher am ende vom rennen sagen ob das dann mit der reifenstrategie gut war mit dem safety car aber nun gut so Overkill hat sich glaube ich wieder ein bisschen gefangen oder ich mich eben nicht wieder vier sekunden ja und Bli fährt halt ein bisschen weg sieben sekunden schon so wir sind jetzt ein paar Runden wieder gefahren von Runde 20 auf 26 gesprungen Overkill hat sich eine Zeit lang sehr gut gehalten jetzt kommen wir ein bisschen ran aber ich bin mir ein bisschen unsicher ich weiß nicht ich komme auch mit den harten Reifen nicht so gut klar also klar ok ich bin jetzt ein bisschen rangekommen aber mein Brot 13 sekunden weg Overkill hier zweieinhalb ich werde eigentlich mal auf dem medium wechseln und dann schauen wo wir rauskommen was auch passiert die anderen werden auch zu 100% nochmal wechseln aber klar ok wenn wir jetzt auf medium gehen wir haben noch 30 Runden vielleicht am Ende nochmal auf den soft und dann nochmal was richtig rausballern ich denke die anderen werden eher also die jetzt alle auf dem harten sind eher nochmal auf dem medium gehen und dann ist die Frage ob das schlau ist oder nicht schlau ist also Rinkashi und so Basti waren ja so hinter mir die sollte ich wieder hoffentlich holen können jetzt habe ich wieder Stoffmann und Sneaky hinter mir aber Stoffmann auf dem soften der wird vielleicht auch gar nicht mehr so gut halten jetzt müssen wir ja mal gucken dass hier die Reifen sich gut mal auf Temperatur kommen die Ersche die hat das erste Mal Sektor 1 das ist immer so ein bisschen blöd aber schauen wir mal so jetzt haben wir 5 nee sogar 6 Sekunden auf Basti dann müssen wir wieder an Rinkashi vorbei Groll auf ihn heute oh man zerstört ja beide Red Bulls ich kann es immer noch nicht fassen und jetzt ist halt natürlich die Frage ob das gut ist dass wir jetzt hier mit dem medium fahren ein bisschen was aufholen oh dann Kashi und Kasu fighten gerade so ein bisschen auch an einer interessanten Stelle natürlich gell irgendwo hier das heißt sie werden vermutlich auch ein bisschen Zeit verlieren so Stoffmann hinter mir die zwei Sekunden bleiben auch stehen sieht das eigentlich auch ganz gut aus beziehungsweise war das jetzt ja sogar hier meine Aufwärmrunde also müsste jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden häufig zumindest mal ja und wenn man jetzt hier auf die Zeiten schaut Kasu Rinkashi wechselt wieder hier da stand doch vorher noch sechs Sekunden oder sechseinhalb die fighten und verlieren Zeit natürlich gut für mich gut für Basti aber an Basti müssen wir auch noch rankommen ja na aber so jetzt auch nicht wenn man so fährt so Stoffmann auch man ist schon eine Sekunde verloren und das ist sogar ein Moment wo ich echt nicht gut durch Sektor 1 durchgekommen bin da sind die Reifen dann vermutlich auch schon ganz schön am Ende und die Frage wann das nochmal war mit dem Fight Stoffmann und Sneaky das war ja glaube ich ja das war ja nach dem Safety Car aber dann müsste er ja schon ja schon gut zehn Runden auf dem Soften langsam sein also ich kann es gerade nur so ein bisschen vermuten oh Kasu bekommt zwölf Sekunden Zeitstrafe also eigentlich sind wir schon dran vorbei an Kasu ich weiß nicht wie viel Rinkashi hatte klar wir haben selber auch schon drei Sekunden aber guck mal wie schnell wir jetzt rangekommen sind weil die da sich so ein bisschen gegenseitig geärgert haben wenn wir da an den drei vorbei sind dann sehen wir auch wieder die Mercedes wobei wenn man auf die Karte schaut ein Mercedes ist auf der Zielgeraden kommt gerade in die erste Kurve müsste Overkill sein und da davor beruht mitten in Sektor 1 oder Ende Sektor 1 gleich noch kein DAS bekommen also zu den Mercedes ist schon noch weit beziehungsweise ja was heißt beziehungsweise ich wollte sagen ich bin ja an den Boxenstopf voraus aber ob ich es 30 Runden mit den Mediums hier schaffe das wage ich mal zu bezweifeln so Basti jetzt halt auch ein bisschen langsamer glaube wir haben die besseren Reifen wir haben die neueren Reifen da kommt man natürlich ein bisschen oh okay ein bisschen Abstand halten na jetzt ist er gerade ein bisschen langsam unterwegs bringe ich ihn ein bisschen unter Druck so aber auf der Geraden müssen wir vorbeikommen er hat glaube ich kein DAS bisschen Windschatten holen er hat keins kommen wir easy vorbei und da vorne sehen wir die anderen beiden die auch jetzt wieder hier wohl ein bisschen gegenseitig ja haben wir so krass aufgeholt die letzten paar Runden Kasu am Blinken auch schon fast ein Standard so die fahren sich aber auch ein bisschen im Weg rum man muss ja vom Gas gehen jetzt ja gar nicht guck mal ich könnte hier so viel schneller fahren klar ist halt auch den Reifen geschuldet also ich will jetzt nicht sagen dass die langsam sind sondern haben jetzt halt schon ältere Hardreifen drauf so jetzt haben wir aber das Problem auf der Geraden natürlich Kasu hat zum Beispiel auch DAS und Windschatten na sehr zaghaft hört er nebentran jetzt stehen die mir bei dem Weg lasst mich durch gibt's ja gar nicht na Renkashi fährt ne besondere Linie hat neun Sekunden ich weiß nicht ob er sie grad bekommen hat noch dazu oder ob das schon welche hatte aber eigentlich auch interessant eigentlich bin ich halt an beiden vorbei aber sie fahren ja so ein bisschen im Weg na jetzt wieder das Problem Renkashi wird wieder DAS haben auf den Geraden ist halt eigentlich egal was für Reifen man hat das ist das große Problem so einmal Kasu außenrum wird sogar reichen klar wir haben die besseren Reifen in den Kurven war das ja immer so dass ich ein bisschen langsamer fahren musste an beiden vorbei ich dachte mir zuerst ja wird vielleicht nicht reichen oh Olli auf den Softs vorne okay Overkill noch auf dem harten Reifen da müssen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zeiten achten wobei wir schon gut Zeit geholt haben wie viele Sekunden hatte ich am Ende auf Overkill glaub so zweieinhalb oh ist schon da noch nach der Stelle kriegt man noch so blöd eine Verwarnung zweieinhalb jetzt nur noch 13 also da haben wir schon gut was aufgeholt Makasu eineinhalb Sekunden Renkashi zwei Sekunden also da sieht man halt wenn man jetzt Sektor 1 man sieht halt einfach den Reifenunterschied aber ja ist dann die Frage Richtung Ende guck mal wir haben noch über 20 Runden die werden alle nochmal auf dem Medium gehen und dann werden die wieder die besseren Reifen haben und da ist die Frage kann ich genug rausfahren damit ich zum Beispiel selber noch auf den Soften gehe also ja anstatt die Soft Medium Medium Soft Variante hatte ich dann Soft Medium Hard Medium Soft oder schauen wir mal wir sind bei 8% ja sind vor 5 Runden ein oder ja 6 Runden 10% kann man sagen das heißt 24 Runden dann wären wir so bei 40 also bei 40% aber dann wären wir bei 55 Runden boah das könnte schon hinhauen das könnte klappen hey also das würde ich glaube spontan entscheiden also entweder fahre ich mit dem Medium durch upsie oder ich gehe nochmal auf den Soft Richtung Ende muss ich mir überlegen wie es so läuft wie auch die Zeiten zu den anderen so dann sind so Virtual Safety jetzt dachte ich mir jetzt dachte ich mir schon jetzt kann ich hier ein paar Runden überspringen ein bisschen auf Overkill aufholen wir haben schon glaube ich so 1-2 Sekunden rausgeholt okay mit dem Virtual Safety schwankt das jetzt so ein bisschen jetzt ist natürlich interessant die Leute die jetzt in die Box gehen oder wie lange das Virtual Safety Car draußen bleibt das ist natürlich auch so ein Punkt ich sehe glaube Stoffmann in der Box vielleicht hat der irgendwie Flügel weggehauen so krass das Virtual Safety Car kommt so ja die hinter mir bleiben die vorne mir bleiben einigermaßen wobei Olli so mega weit weg ist kann das sein okay aber auch mit dem Soft Reifen das ist natürlich die Frage eigentlich sollte jetzt das Virtual Safety Car weggehen damit die Leute da vorne nicht in die Box gehen das wäre ganz wichtig weil wir dann nicht so schnell rankommen oder vielleicht auch nicht vorbeikommen weil das war ja eigentlich so mein Plan wenn ich jetzt auf den Reifen bleibe dass wir eben sagen keine Ahnung äh wird es gleich interessant die ersten kommen an die Boxen einfahrt und fahren glaub sogar teilweise rein so Safety Car endet es ist einer an der Box alle anderen sind durchgefahren also von dem vorderen Feld okay das ist natürlich auch sehr interessant ich glaub Pro Gamer im Alfa Romeo schreien gegangen wo er auch vorne war klar okay die anderen vorne müssen auch nochmal in die Box aber ich glaube er hat es halt auch nicht so viel Zeit dadurch gespart also unter Safety Car auch Virtual Safety Car kann man ja Zeit sparen aber das war jetzt sehr knapp gell so und jetzt haben wir noch sieben Sekunden auf Overkill ich glaub jetzt können wir mal ein bisschen springen so wir kommen mit großen Schritten an Overkill ran aber ich hab jetzt schon die Vermutung er wird an die Box gehen Rot weiß auch vor ein zwei Runden an der Box deshalb ist Brot hinter mir ja natürlich geht er in die Box also ich weiß natürlich nicht ob es so geplant war aber ob er vielleicht sagt er er hätte noch ein zwei Runden draußen bleiben können aber dann hätte ich wohl Windschatten und DRS bekommen aber jetzt sind die beide hinter mir aber ich hab halt schon 16 17% auf den Reifen das ist jetzt die große Frage P5 sieht ja derzeit richtig gut aus wobei Brot knapp drei Sekunden hinter mir ist ich hab noch Zeitstrafe eher nicht das ist jetzt natürlich auch die große Frage wie wird es weiter sich verhalten mit der Zeit kann ich die drei Sekunden halten oder nicht aber wird schon ein bisschen schwierig wir fährten da vorne ein Nachzügler Ach Foggy fährt ja auch noch im Haas weil ich ja vorher mit Stoffmann gemeint hab vielleicht war das auch Foggy der das Wirtual Safety ausgelöst hat und in der Box war weil jetzt ist ein anderer Haas in der Box wobei der sterbe Flagge kann das sein dass er aufgegeben hat wir sind unsicher wir sind auch nur noch zwölf Fischi ist raus und Stoffmann wohl auch so wenn Foggy ein bisschen schneller wer mir auf der C geraden DS geben könnte aber da verliere ich zu viel Zeit wenn ich hinter ihm bleib und wer da schenkt Brot jetzt DHS aber er kommt halt schon ein bisschen ran ein bisschen das Problem gegen Brot wird noch sehr schwierig allem ohne Boxen Stop und mit Boxen Stop guck mal Rinkashi hinter mir mit 15 Sekunden und alle anderen noch mal dahinter also Boxen Stop könnte fast noch mal möglich sein aber dann zieht halt Brot ganz sicher vorbei und er darf halt nicht P3 werden okay Cyber da vorne Pro Gamer die sind da ganz schön stark oh nein Huimai ist auch noch vorne der keine Punkte bringt das heißt wir haben Olli Cyber Pro Gamer wäre dann vielleicht sogar das Podium und dann wäre Brot P4 wenn er an mir vorbeikommt beziehungsweise wenn ich an die Box gehe das könnte halt schon ganz schön knapp werden P4 gibt 12 Punkte und ich glaube Fisch hatte 13 Punkte Vorsprung ein Punkt aber da muss da vorne nur einer ausfallen oder einen Blödsinn machen und dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus aber er kommt er kommt relativ langsam an mich ran aber er kommt ran immer wieder geht so 1 2 Zehntel weg ja können wir uns gleich auf einen Fight einstellen jetzt wird es langsam knapp hier wo ist die Linie hier vorne da wird es schon DHS geben ich habe auch schon ein bisschen gesehen ich glaube der pusht schon richtig gut vor allem auf den geraden auf den kurven bin ich teilweise gleich schnell aber auf den geraden hier wird erstmal nichts und ich glaube halt ja also es wird schwierig gegen Brot da vielleicht kann ich ein bisschen aufhalten aber auf lange Sicht wird er vermutlich vorbeikommen er wird vermutlich auch mit den Reifen durchfahren und dann könnte ich vielleicht sogar auf den Soften gehen Oh Overkill jetzt da dahinter 16 Sekunden und 6 Sekunden Strafe wobei ich habe auch drei muss ein bisschen aufpassen mit Verwarnungen aber mit dem Soft Reifen könnte das dann glaube schon noch klappen so die letzten 10 Runden aber wie gesagt dann darf da vorne halt keiner ausfallen ist natürlich auch noch übel Cyber hat halt zum Beispiel auch 9 Sekunden Zeitstrafe und ja 13 Sekunden weg ich weiß nicht ob der Boot auch noch ein bisschen rankommt vor allem war ich gerade mal überlegen Cyber auf dem Harten geht der noch an die Box oder nicht oder wie sieht es aus jetzt wird es schon schwierig es geht Richtung das war aber auch sehr eng Rad an Rad ok alles hier sehr eng ui da ist gerade noch mal rot geworden ich fahre in ihn rein so ja so viel werde ich wohl nicht anrichten können die letzten paar Runden rangekommen jetzt muss er weiß nicht ob er auf der Ziel geraten ob das klappt und dann ja für anderen auf der zweiten BRS wird es halt echt schwierig zu verteidigen so Cyber in der Box geht auf den Soft Reifen boah das ist jetzt halt übel weil wir jetzt eigentlich beide vorbeikommen gut will er will er nicht ne er will nicht klar Cyber wird am Brot vermutlich schon vorbeikommen man muss halt noch neun Sekunden raus fahren aber halt auch mit dem besseren Reifen wenn mich Brot überholt P4 ist er dann UMI wird raus gerechnet dann wäre P3 somit wäre Weltmeister die Lösung wäre jetzt übelst der Breaktest aber ne sowas machen wir natürlich nicht was machen jetzt hier will schon hier an der seite vorbei kommt aber gar nicht vorbei jetzt vielleicht auch sogar den schlechteren exit vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen vorne ich mache meine batterie leer er wird er nicht vorbeikommen ok ist auch ein bisschen seltsam ja guck da will er da will das irgendwie da will er schon wieder innen rein fast wird jetzt ein bisschen seltsam finde ich hätte es eigentlich vor der vor dieser DRS geraden also vor dieser kurve hätte er einfach schön hinten bleiben müssen und einfach schön aus der kurve raus dann hätte ich absolut keine chance gehabt wenn er so krass nah dran ist ist aber die kurve sehr eng gefahren und dadurch auch ein bisschen schlechter rausgekommen jetzt war die kurve auch sehr schlecht alter cyber er war 3-4 sekunden weg er ist schon hinten dran ok er wird jetzt auch durchziehen klar neue soft reifen ok und er schiebt noch brot raus ok cyber schießt sich aber nicht ab ok brot wieder hinten dran ich kann wieder verteidigen ok das war vielleicht ein bisschen zu übermütig hier rein in die kurve klar man denkt sich so man hat die neuen soft reifen ja meine medium sind jetzt halt auch schon langsam gehen sie in die knie fahren hier mit den krassen fights merkt das halt auch so langsam ich komme da nicht gegen an gegen brot seine medium reifen wird schwierig gegen die ganz neuen soft reifen von cyber ok wir sind hier durchgedreht cyber mir kurz ein bisschen hinten rein ein bisschen windschatten holen was macht brot brot will ja natürlich auch durch nee 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 kollege lass mal den cyber ziehen lass den mal weg ziehen mit seinen neuen sekunden hier ich muss alles für fisch geben ich mach den peres 21 nur halt in einer anderen konstellation so olli nochmal in der box ja komm jetzt auch auf soft reifen weil es wird jetzt natürlich schwierig cyber ist schon mal weit genug weg wegen der s das heißt und der wird das eh noch ein bisschen weg ziehen jetzt muss er selber schaffen die neuen sekunden raus zu fahren und die anderen nach vorne dürfen sich nicht weg schießen wobei wo kommt olli raus ne olli ist auch bei cyber ok die könnten ja jetzt noch so ein bisschen dhs spielchen machen oh overkill vorbei was die da hinten also da werden wir eine position verlieren und hoffentlich noch an overkill vorbeikommen es sind jetzt noch 14 runden ja und jetzt habe ich auch noch so sound probleme wir haben 14 runden 10 sekunden auf oder neuneinhalb auf overkill da werden wir schon noch rankommen 3 sekunden weniger zeitstrafe ja müssen wir aber natürlich noch ein bisschen schauen jetzt wird es aber schon ruhig hier und klar ok 14 runden ja ist noch einiges aber ich hoffe mal dass ich die 10 sekunden da rein bekomme zu overkill und natürlich dass cyber seine 9 sekunden da weg bekommt das wäre natürlich sehr nice so wir sind ein paar runden gesprungen ich glaube 5 von 42 auf 47 ja wir sehen hier schon overkill wir kommen in großen schritten ran ich habe das erst richtung ende auf brot seine zeit geschaut 10 sekunden ich weiß es auch nicht inwiefern wir da gut rangekommen sind aber an overkill kommen sehr gut ran ja wenn auch natürlich noch so ein fehler rein ballert dann natürlich noch mal umso einfacher wir sind dann hier gleich im drs bereich auf der nächsten geraden dann und dann schauen wir mal wie einfach oder schwer es wird hier vorbeizukommen wer ist natürlich wenn er übelst fightet ist vielleicht gar nicht so schlau weil wir doch sehr krass rangekommen sind hier der ausgang richtig schön noch nicht ganz vorbei form drs aber guck mal er drückt guck mal wie er drückt er gibt einfach alles so kommen wir in die kurve schön rein ok kurve noch gepackt durch den besseren reifen jetzt müssen wir mal schauen mit brot moment mal was mir gerade auch so auffällt pro gamer vor brot das ganze so neun sekunden und irgendwo weiter vorne ist cyber das heißt der hätte jetzt gerade eigentlich ja wäre an brot ja weg ist natürlich auch nice wobei programmer service auch sechs sekunden hat aber das sollte reichen derzeit oh das wird noch sehr interessant so jetzt hat overkill noch drs ich hoffe es mal in sektor 1 dass ihr könnt nur meiner stimme lauschen kein motoren sound nichts gar nichts ist leider so gab es schon öfters probleme ich hatte komischerweise glaubt nur einmal das problem und jetzt gerade nochmal hier gerade im finale aber wir schauen mal ja wir kommen ein bisschen an brot ran wir haben noch acht runden das wird aber schon schwierig also overkill habe ich ja im griff klar wenn er aus dem DS raus wäre wäre es halt auch schön wobei er hat auch noch seine zeitstrafe aber nächste runde wird er vermutlich kein DS mehr bekommen man sieht es die sekunde aber er war beim strich glaubst so bei acht zehntel also jetzt bekommt das noch mal ihr kommt wieder ein bisschen ran brot seine zeit fällt auch aber an brot jetzt ranfahren überholen und drei sekunden rausfahren ist glaube ein bisschen viel also wenn es so weiterläuft könnte man sagen ranfahren schon noch überholen und die zeitstrafe rausfahren wird schwierig vor allem wenn man schaut meine reifen sind halt auch schon gleich bei 20 prozent also das wird natürlich in den nächsten runden auch nicht unbedingt besser also bin ich mal auch gespannt werde ich vielleicht auch die zeit gar nicht so halten können wie gesagt overkill ist im griff brot wäre jetzt p4 würde ja reichen aber vielleicht kommen wir noch ein bisschen ran aber mit überholen sieht es ein bisschen schwierig aus wir kommen gleich in die letzte runde es gibt keine ansage weil wir haben immer noch das sound problem ja ich habe natürlich noch sehr gepusht meine batterie sehr leer overkill an die 12 sekunden weg pro so sag ich mal 2 sekunden glaube ich jetzt sind es gerade 1,6 aber wir sagen also ich sage es so 2 sekunden wir sind noch schon rangekommen aber ja meine reifen sind es halt auch schon bei glaube ich so 35 prozent rum oder so und man sagt da geht halt eigentlich auch nicht mehr viel also jetzt noch überholen und theoretisch 3 sekunden rausfahren schwierig schwierig also selbst wenn ich jetzt nicht sagen weil dann wäre ich wohl nicht auf den soft reifen gegangen am ende kommt natürlich auch noch so dazu ja brot wird vorne bleiben overkill wird raus gerechnet das heißt brot p4 das wird sehr wehtun mit der tabelle nachher würde ich jetzt mal behaupten aus es passiert noch irgendwas ich meine Olli ist immer für überraschungen gut aber er schalt 16 sekunden weg aber man weiß er macht er dann doch mal gerne aus dem nix raus einen spin aber ja sobald er so lange nicht kaputt geht oder so sollte das schon passen vor allem er hat ja glaube noch zwei drei kurven wir auch noch ein paar so hohem gewinnt natürlich so gesehen er macht ja aber keine punkte so oh cyber achso weil die jetzt über die ziellinie sind wegen der zeitstrafe also Olli sogar noch das heißt ich werde mein p3 auch nicht halten können in der tabelle werde wohl platz vier zwei sekunden brot beziehungsweise ja jetzt geht es auf fünf sekunden hoch weil wir ja noch die drei sekunden strafe haben hinter mir alles easy also hat er selber noch zeitstrafe und ist ein bisschen weiter weg ja natürlich interessant bro gamer richtig nah an overkill sogar dran Olli fünf sekunden weg und dann cyber zweieinhalb ja okay da war glaube ich ein bisschen mit zeitstrafe noch hin und her ein bisschen was ja bro p5 klar natürlich krass geschlagen aber es wird vermutlich nicht gereicht haben so wir schauen ganz kurz hier auf die endtabelle ja eigentlich man hat es ja schon gesehen ja leider schade mit saturn fisch was raus ist stoffmann und kaso sind dann auch noch raus geflogen das haben wir eigentlich gar nicht so krass mitbekommen aber ich glaube stoffmann hat ja irgendwann zwischendrin aufgegeben ja aber interessant wird es jetzt erst wir schauen auf die insgesamte tabelle saturn fisch mit einem punkt vorsprung die letzten beiden rennen quasi keine punkte geholt vorne herzlichen glückwünsche meisterschaft red bull stellt wieder den meister ja olli noch an mir vorbeigekommen ja fünf punkte unterschied ist natürlich ein bisschen schade aber ist halt leider so nach hinten ist dann ein bisschen platz jonas hat ja so gesehen auch noch gewonnen ja und auf der konstruktursmeisterschaft ja wir hatten 14 punkte rückstand jetzt sind es 24 klar okay ich war jetzt dann in dem rennen noch alleine und ja die letzten beiden rennen war ein bisschen schwierig aber ja mercedes deshalb da als konstruktursmeister drin aber ja in der nächsten sehser wird es hoffentlich besser bei f1 24 ich hoffe ihr schaltet dann ein bis dahin wieder schauen und rein gehauen